Hier in dem Hotel sitzt ein Event. Es ist alles geschmückt, überall wo man hinschaut sind schon die Karten. Morgen kommen 500 Leute an. Das sind die kompletten Eingänge. Es ist alles mit Sternen und Sachen geschmückt. Hier draußen sind sogar die Sachen aufgehangen. Das gibt ein Groß-Event hier, habe ich mitbekommen. Für mir noch eine Art Kredits. Im Rio Ahelius.